10.000 neue Einwohner soll Darmstadt bis 2030 bekommen. Die SPD will deshalb jetzt ein neues Wohngebiet bauen. 1140 Fahrzeuge sollen Platz in einem neuen Parkhaus mit Seilbahnstation finden. Und 112 wird immer häufiger gewählt, obwohl kein echter Notfall vorliegt. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge der Station 64. Ich bin Anka, heute ist Freitag und hier kommen eure Nachrichten zum Wochenende. Die SPD hat am Montagabend vorgeschlagen, ein neues Wohngebiet im Darmstädter Norden zu bauen. In einem Diskussionspapier wurde beschlossen, zumindest gedanklich in die Planung des Großprojektes einzusteigen. Konkret geht es um mehrere hundert Hektar zwischen Aheigen und Wixhausen. Derzeit ist diese Fläche noch als agrarischer Vorzugsraum ausgewiesen, das heißt so viel wie Ackerflächen. Die Partei möchte sozialverträglich und ökologisch nachhaltig neuen Wohnraum schaffen. Da gehen die Meinungen allerdings auseinander. Da war ich schon ziemlich erstaunt, dass vor allem Grünflächen wie der Bürgerpark und Waldflächen wie der Elberstädter Wald im Gespräch waren. Und da haben als SPD gesagt, so funktioniert das Zusammenwirkung von Wohnungsbau und Klimaschutz nicht. Und wir müssen auch unbedingt unseren Stadtwald erhalten. Deshalb ist es unserer Ansicht nach sinnvoller, nach Norden zu schauen, auf die Ackerflächen, um dort ein neues Wohngebiet zu entwickeln. Das war Tim Huss. Er ist Vorsitzender der SPD Darmstadt und des Ausschusses für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Mit diesem Bauplan stößt die Partei aber nicht nur auf Zustimmung, selbst in den eigenen Reihen. Gerade die SPD im betroffenen Stadtteil Aheigen hält nichts von dem Vorhaben. Der große Haken an der Sache? Die Flugroutenführung müsste verschoben werden. Tim Huss geht es dabei vor allem um den Schutz des Eberstädter Waldes. Klar ist für uns als SPD aber auch, ohne die Ausweisung von neuen Wohngebieten werden wir den Mietenwahnsinn in Darmstadt nicht stoppen können. Und Wald abholzen ist für uns erst recht keine Option. Demnach lautet der Tenor also, lieber Flugrouten verschieben als Wald abholzen. Man möchte die grünen Flächen schützen und stattdessen die großen Freiflächen ins Visier nehmen. Auch gegen das umstrittene Bauprojekt im Bürgerpark hat sich die SPD ausgesprochen. Sie geht davon aus, dass Darmstadt bis zum Jahr 2030 rund 10.000 Einwohner mehr als heute haben wird. Die Nachfrage steigt also weiter. Der Wohnraum in Darmstadt ist knapp und wird immer teurer. Was will die Partei also konkret dagegen unternehmen? Also um Mieten in den Griff zu kriegen, gibt es grob gesagt eigentlich nur zwei Wege. Einer heißt Wohnungen bauen und der andere heißt Vermietern klare Regeln setzen. Zum Wohnungsbau wird ja kontrovers diskutiert. Eberstädter Wald, was die SPD ablehnt oder Darmstädter Norden, was die SPD eingebracht hat. Darüber hinaus gibt es aber auch eine ganze Reihe von politischen Instrumenten, um Mieten zu begrenzen. Das Wichtigste ist sicherlich wieder mehr Wohnraum in der öffentlichen Hand zu belassen und keine Grundstücke mehr zu verkaufen. Ja, neues Wohngebiet planen, Park und Wälder erhalten, Baumaßnahmen auf Grünflächen stoppen. Mit all diesen Forderungen soll sich jetzt der Magistrat befassen. Es wird noch viel diskutiert und so richtig einig ist man sich nicht. Was die anderen Stimmen aus der Politik zum Vorschlag der SPD sagen, könnt ihr online auf www.echo-online.de im Artikel meines Echo-Kollegen Joachim Nieswand nachlesen. Vor einiger Zeit war ja die B26 zwischen Darmstadt und Dieburg Thema bei uns. Ein kurzer Rückblick. Die sollte im kommenden Frühjahr saniert und somit bis zu sieben Monate lang gesperrt werden. Das hat für viel Diskussion und Aufregung gesorgt, deshalb wurde die geplante Baustelle erst einmal nach hinten verschoben. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, was da eigentlich los war, könnt ihr euch nochmal Folge 46 und 47 anhören. Da haben wir alles Stück für Stück erklärt. Diese ganzen Maßnahmen, über die dort gesprochen wurde, sollen vor allem eins, den Pendelnden das Leben leichter machen. In der Zwischenzeit wurde außerdem über den Bau einer Straßen und sogar einer Seilbahn gesprochen. Auch darüber haben wir in der Station 64 berichtet. Diese Debatte über eine bessere Anbindung an den Ostkreis ist nach wie vor aktuell. Jetzt hat sich der Darmstädter Architekt und Stadtplaner Udo Nieper zu Wort gemeldet. Er sagt, wenn es weniger Verkehr in der Stadt geben soll, muss man in Zukunft schon an den Haltestellen vor der Stadt Parkraum schaffen. Genau genommen spricht er von einem Pendlerparkhaus an einer Seilbahnstation über der B26. Dort sollen nach seinem Entwurf voraussichtlich 1140 Fahrzeuge Platz finden. So sollen die Nutzenden ihr Auto abstellen können, um ohne lange Umwege in die Seilbahn zu wechseln. Dieser mehrgeschossige Autobahnhof Ost soll also vor allem als Umstiegsort für Autofahrende in öffentliche Verkehrsmittel dienen. Wann rufe ich eigentlich einen Rettungswagen? Wenn ich mir oder anderen selbst nicht mehr zu helfen weiß, wenn jemand starke Schmerzen hat oder wenn ein Glas über den Durst getrunken wurde? Ja, die Rettungsdienste beklagen, dass immer häufiger Krankenwagen gerufen werden, obwohl kein echter Notfall vorliegt. Die Zahl der Alarmierungen per Notruf steigt, die Hemmschwelle sinkt und besonders abends und am Wochenende greifen die Leute immer leichtfertiger zum Telefon, wenn zum Beispiel Hausarztpraxen geschlossen haben und Wartezimmer überfüllt sind. Das kann gefährlich werden, denn es gibt zu wenige Rettungsdienste. Im Ernstfall könnte das bedeuten, dass im echten Notfall niemand zur Verfügung steht. Das hessische Sozialministerium und das Deutsche Rote Kreuz erklären sich diese Entwicklung vor allem damit, dass die Menschen unsicher sind, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Wenn ihr in so eine Situation kommt und euch nicht sicher seid, ob der Zustand einer Person lebensbedrohlich ist oder möglicherweise auch werden könnte, wählt immer die 112. Trotzdem gilt, diese Nummer ist ausschließlich für akute Notfälle. Wann ihr den Rettungsdienst unbedingt anrufen solltet und welche Notrufnummern es sonst noch gibt, findet ihr zum Beispiel auf www.malteser.de. Und das war es auch schon wieder für diese Woche von der Station 64. Wenn ihr Anregungen, konstruktive Kritik oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an eol-kontakt-at-vrm.de. Bis bald und tschüss!